Die Wahrheit steckt doch meistens im Detail. Du sitzt am Frühstück, köpfst dein Ei und zack, alles dreht sich. Das ist so wie wach werden. Plötzlich stehst du auf der anderen Seite. Von was? Keine Ahnung. Aber du merkst, es ist gut. Viel besser als alles, was sonst so passiert. Es gibt eine neue Show. Meine neue Show. In der ist alles anders. Der Makac, die Show. Der Club, wo die Zeit passiert. Immer Donnerstag Nacht nach der Redaktion bei RTL 2.